Herzlich willkommen zum KRONE Grünland Abend 2024. Hier direkt wirksnah bei uns in der Samtgemeinde Spelle und wir sind hier auf einer Fläche in Scharpen. Wir haben heute 23 Gespanne in den Einsatz gebracht. Wir hatten viele, viele Menschen, die uns heute zugeschaut haben. Ja, und auch der Wettergott hat mitgespielt. War wirklich ein toller Arzt. Diese Drohnenaufnahme hat, wo man sieht, wie wir die Zuschauer alle hier so begeistert auch zuschauen und dabei sind. Heute hatten wir ein relativ breites Portfolio an Maschinen, die wir hier im Einsatz gezeigt haben. Wir hatten auf jeden Fall alles mit dabei. Vom Mähen, Wänden, Schwaden, Highlight natürlich unseren Vierkreisel Mittelschwader, den wir auf der Agritechnica vorgestellt haben. Unser Prämus war mit dem stationären Einsatz. Presstechnik natürlich alles mit dabei. Rund und eckig. Ladetechnik haben wir gezeigt. Feldhäcksler. Ja, also alles aus der KRONE Produktpalette haben wir hier zum Einsatz gebracht. Die DM startet zwar erst nächste Woche, aber für uns als KRONE war das hier tatsächlich schon ein Heimspiel. Da bedanken wir uns auch nochmal ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern, bei unseren Vertriebspartnern. LVD KRONE, Landmaschinenvertrieb und Dienstleistungen und auch die Firma Lankos, die das hier alles möglich gemacht haben, die uns hier mit der Vorbereitung geholfen haben, die uns die Maschinen mit zur Verfügung gestellt haben. Eine sehr, sehr schöne harmonische Zusammenarbeit. Wir hatten eine sehr schöne Fläche mit schönem Aufwuchs. Wir waren hier sogar im zweiten Schnitt unterwegs. Der Aufwuchs war sehr, sehr üppig, ist natürlich auch dem hohen Niederschlag geschuldet. Deswegen hatten wir auch gute Ernteerträge und gute Masse auf dem Feld und Fläche an sich perfekt gelegen, gut zu erreichen. Da auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Familie Ebringhoff, die uns das hier wirklich so ermöglicht hat. Wenn wir dann morgen hier die letzten Dinge wieder zusammengepackt haben, werden wir uns Montag in Richtung Süddeutschland aufmachen. Dort haben wir nächste Woche drei weitere Grünlandvorführungen. Alle Informationen natürlich zu unserem Grünlandabend findet ihr auf unserer Website. Schaut da gerne vorbei www.krone-agriculture.de. Da seht ihr dann, wo wir zugegen sind. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Grünlandabend besucht. Wir sind immer sehr zufrieden, wenn wir bei gutem Wetter, bei guten Gegebenheiten unterwegs sein können. Viele, viele nette Menschen wieder getroffen. Mein Fazit ist durchweg positiv. Grünlandabend macht einfach Spaß, weil es einfach cool ist, auf dem Feld die Praxis im Feld zu zeigen. Und das ist einfach wunderbar. Deswegen fällt mein Fazit durchweg positiv aus. Mega. Ich freue mich auf die nächste Woche. Danke. 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 Danke.